Es gibt wieder lustige Gesichter. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, der Stream ist jetzt nicht abgekackt. Ruhig hier. Ich meine, hey. Ich hoffe, die kommt nicht jetzt schon. Das wäre der Ruf. Alter, wäre 12 Uhr. Ich habe irgendwie ein bisschen Gänsehaut, obwohl ich es eigentlich kenne und auch schon so häufig gespielt habe, aber... Babypinkel? Die Asma, Alte. Die keucht uns voll ins rechte Ohr. Die steht schon rechts da. Hallo, ich spreche ins Mikrofon mit dem Baby. Doppelherz. Bum, bumm. Sheriff. Sieht ja voll aus wie so ein Hähnchen mit so einem Euter dran, ne? So, Dusching beendet. Ohne ausgerutschen. Das ist super. Ich gehe auch gleich duschen. Alter, die Alte, die steht richtig. Doppelherz. Sheriff. Sheriff. Wer hat mir das denn nochmal empfohlen, das zu spielen? Ich glaube, ich war es selber. Alter, der... Alter! Oh, guck, wie die zappelt. Sheriff. Ich sehe es gleich schon. Kommt die Alte Stegler hier irgendwo da und dann springe ich vom Stuhl. Ich gucke einfach in den Spiegel. Ich gucke voll die Gänse und ich weiß nicht warum. Nur der Mann im Mond schaut zu. Sheriff. Meine Nachbarn halten mich übrigens auch für bekloppt wahrscheinlich, wenn sie das hören. Sheriff. Ich glaube, Kackbaby. Ich glaube, das war das Wort. Kackbaby. Du, Kackbaby. Sheriff. Mich würde mal interessieren, ob die Alte jetzt immer noch kommt. Oh, warum muss ich mir auch immer an die Kopfhörer so laut machen? Ich komme gleich da rein. Alter! Alter! Ich komme gleich da rein. Oh, wie peinlich. Oh, wie peinlich. Ich meine, hey, eine Tür. Als Rache gibt es morgen Daylight. Ja. Also ihr wollt morgen wirklich Daylight sehen. Ja, bei mir. Also, ähm, Daylight. Ja. Und morgen gibt es Daylight. Die Oma zu sehen. Guckt mal genau hin. Hallo, Omi. Omi. Du warst nie für mich da. Immer wenn ich dich gebraucht habe. Wenn ich einsam war. Omi. Alter. Tür geht auf. Von alleine. Es ist ein normales Türverhalten. Was war das denn? Was flog mir denn da gerade ins Gesicht? Ihr wollt die Oma sehen? Bitte. Ich gucke da nicht hin, Alter. Ich gucke da nicht hin. Geh weg, Oma. Geh weg. Ich hasse dich. Hallo. Wo ist sie denn? Ich glaube, die Oma kommt nicht mehr. Ich glaube, die hat sich verlaufen. Im Flur. Ich glaube, die macht auch immer so einen Rundgang. So wie hier. Ich bin gerade kletschendass geschwitzt. Weil ich Angst habe, dass sie jeden Moment vor unserer Fratze auftaucht. Das ist die neue Babyschaukel. Ein Kühlschrank. Ach ja, stimmt. Ich habe den mit dem Bild übersprungen. Stimmt ja. Aber man kann ja trotzdem nochmal die Oma sehen. Du hast gefeiert, also du hast deine Sorgen in Boos. Sie hatte einen Part-Time-Job zu bekommen, um einen Kühlschrank zu arbeiten. Die einzige Grund, warum sie überhaupt einen Rundgang erholt hat, ist, dass der Manager ließ, wie sie in einem Skirt sah. Du erinnerst, richtig? Genau. Äh, was? Seit wann redet das Baby mit uns? Alter. Alter. Ach, das war... Ach ja, stimmt. Das war das, ja. So. Und jetzt wolltet ihr die Oma sehen, die Oma sehen, die Oma sehen. Ich glaub, die ist in... Da steht sie. Da steht sie. Jetzt ist sie weg. Oh, was ist los? So, ich drücke euch in der Lippen. Was? Was? Also, gleich hält sie eine Zahnpasta-Tube in der Werbung, äh, ins Bild und macht Werbung. Jetzt neu. Für sie und ihr, von ihren Mann. Neue Kalkun. Äh, nicht Kalkun. Kalkun. Mein Kalkun ist doch ein Waschmittelflex. Ähm. Hinter uns. Volles Rohr hinter uns. Jetzt, Rymium, seht ihr die Oma? Da steht sie. Ja! Alter. Sie ist in uns. Ach ja, stimmt. Ich hab denen mit dem Bild übersprungen, stimmt ja. Aber man kann ja trotzdem nochmal die Oma sehen. Ja, toll. Ja, toll. Das war der Tine-Wittler-Simulator. Äh, Tine-Wittler, klar, glaub ich nicht. Jetzt kommt die da auch noch. Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Seit wann kommt die denn beim letzten Raum auf? Alter, willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Alter, wie peinlich. Ja. Ja. Ich kann nicht mehr. Ohne Scheiß. Seit wann kommt die denn im letzten Raum? Ohne Scheiß. Hä? Ich hab gedacht, hey, hey, hey. Mein Gott, ich zeig euch mal die Oma. Alter, und dann fuckt die mich so ab. Alter, hallo, Slugs, ich größe dich. Ich hab voll ohne Scheiß in meine Pumpe. Ohne Scheiße. Alter, ich hab voll den Herzklamasster. Oh, sah nicht aus wie Oma. Nee, sah nicht so aus wie Omas. Hätte aussehen sollen. Oh, der Blick war der Beste gerade ja. Boah, ich prob gleich erstmal eine Wahl, Jum. Fick dich, Oma, leg mich doch am Sack. Du alte, kannst mir gar nichts. Zack, 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 zack. So. Alter. Alter. Oh, Entschuldigung. Boah, Alter.